ENERGY! Ja, wir brauchen mehr ENERGY! Deswegen, ich freu mich, dich mitnehmen zu dürfen. Es wird so ein geiler Tag. Wir nehmen dich mit, gib 110 Prozent. Ich freu mich auf dich, Maschine! Das ist ein riesen Fehler. Und jetzt haben wir die nächste Live-Übung. Weißt du was? Wir machen folgendes. Ich gebe 110 Prozent, um meine Ziele zu erreichen! Come on! Bitte aufklatschen mit deinem Nachbarn! Du schaffst alles, was du willst! 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 Dankeschön! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Dankeschön! Ja, herzlich willkommen! Wir sind hier bei unserem Tages-Workshop. Hier lernst du von A bis A alles. Was meine ich damit? Von Akquise bis Abschluss. Luca Rutolo ist gerade dabei, mit den Teilnehmern ein Leitfaden auszuarbeiten. Wie ein Erstgespräch auszusehen hat. Wie du ein Verkaufsgespräch führst. Wie du den Kunden abschließt. Wie du Einwände behandelst. Und das lernst du hier innerhalb acht Stunden. Wir sind hier heute auf einem geisteskranken Seminar. Und es gibt Menschen, die kommen nicht, weil sie kurzfristig krank geworden sind. Weil sie gewisse Dinge einfach nachholen müssen, weil sie es vorher schon versäumt haben. Zig verschiedene Ausreden. Warum eine Sache, die sich vorgenommen wird, doch nicht gemacht werden kann. Eine Sache müssen wir uns wirklich merken. Und es ist auch nur diese eine Sache, die ich euch sagen kann. Wenn du krank bist, ist es deine Verantwortung, bei so einem besonderen Tag nicht krank zu sein. Wir haben Referenzen hier, die uns nichts mehr irgendwie in Anspruch genommen haben, außer hier dieses Seminar um 20.000 Euro umgesetzt haben. Das nächste Seminar ist am 18. Mai. Seid beim 18. Mai dabei. Ja Leute, Servus. Ich bin's Albert. Ich bin auch mal hier mal vor der Kamera, eigentlich immer hinter der Kamera. Aber ich nehme euch jetzt einfach mal mit und zeige euch mal, wie das hier hinter den Kulissen abläuft. Und zwar gehen wir jetzt mal erstmal hier rein. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen drauf achten, dass ich ein bisschen leiser bin. Das ist wichtig, aber der Luca ist jetzt auch hier gerade vor Ort. Und wir wollen jetzt auch nicht zu lange stören. Aber auf jeden Fall zeige ich euch mal ein bisschen, wie das Ganze hier aussieht. Ich finde halt einfach diese Energie halt immer gut. Ich liebe es, mit Unternehmern was zu unternehmen. Bedeutet, die haben einfach ein ganz anderes Denken und motivieren einfach, um nochmal mehr zu erreichen, einfach größer zu denken. Ja, einfach halt auch verkaufen, wie man die ganzen Strategien umsetzt. Mindset auf jeden Fall technisch. Einfach das Kranty-Event ist einfach geil. Am besten waren heute die Prozesse, die optimal ausgearbeitet worden sind und die auch sehr gut präsentiert wurden. Und auf jeden Fall habe ich sehr viel mitgenommen. Sehr spannend. Energiereich. Energie auf jeden Fall. Ja. Luca bringt es einem wirklich gut bei. Er hat sehr gute Tipps auf seine Erfahrungen. Also ich würde es jedem empfehlen. Geiz nicht an diesen 97 Euro. Nimm es wirklich in die Hand. Sei beim nächsten Mal unbedingt dabei. Sei auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei. Sei auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei. Seid auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei. Seid beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei. Boah, das war wirklich ein geiles Seminar. Du merkst es auch an meiner Stimme. Wir haben wirklich wieder 110 Prozent gegeben. Und dieses Mal auch wirklich 110 Prozent gegeben. und es war wirklich geil, da in die Gesichter zu sehen, auf die ersten haben wir schon geschrieben, wow Luca, das war der Wahnsinn und ich will dich auch dabei haben, ich will auch mit dir intensiv zusammenarbeiten und ich sage dir was, an diesem Tag hier wirst du so durch die Decke gehen, alleine die Bedarfsanalyse mit Testabschluss, bevor du dein Angebot präsentierst, ist sehr viel wert, allein das wird dir so viel mehr Umsatz kriegen, deswegen melde dich unbedingt zum nächsten Live-Event an, den Link darunter findest du unten in der Beschreibung, das ist am 13.05. nur 97 Euro, du bekommst dann nochmal alle Infos dazu, du kriegst Essen, Trinken, alles dabei, alles was du hier siehst, sei dabei, sichere dir dein Ticket, wir geben weiter Vollgas, 110% und du wirst auch sehen, was noch so die nächsten Tage passiert, ich nehme dich jetzt mal ein paar Tage immer so mit, dass du auch mal so siehst, wie das alles so abläuft und was noch so passiert, ich sage dir, morgen kommt was, das wird Geisteskrank, okay, wir sehen uns morgen, bis morgen, Maschine, let's go, 110% und wir sehen uns morgen, bis morgen, bis morgen, bis morgen, bis morgen, Vielen Dank.